Hallo und herzlich Willkommen zum Ostland Gamer mir den Max Jo ähm es geht weiter wir sind ja gerade beim Flügen für unsere nächsten Kunden und ja sieht soweit ganz gut aus das wollen wir noch fertig bekommen Jo ich bin weiter so ich habe mir jetzt einen Vorplan überlegt ähm ich werde mir bald die Milchfutterproduktion holen und den Strom einkaufen ist wenn wenn ich wenn ich wüsste ob das geht die den Strom einfach einkaufen dann 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 kein Ende. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja, und nun? Ja, das nächste Becker ist harsch. Ja, das nächste Becker ist. Ja, das nächste Becker ist. So, naja. Ich habe folgendermaßen eine Idee. Wie wäre es, wenn man einen... Hier einen... Erstmal einen nordfriesischen Marsch... Hier... Freitag macht. NF-Marschfreitag. Und eventuell... Eine Niedersachsen macht. Zwischen einmal ein Video. Oder? Wir machen das so, wenn 100 Abonnenten erreicht sind, wird das mein Streaming-Projekt. Niedersachsen-Streaming-Projekt. Oh. Wäre eigentlich auch eine elegante Idee. Ui. Uiuiui. Ich bin echt, weil es sind Backel-Brass-Brett. Die Backel sind aber schneller Fortschrei. Backel-Brass-Brett. Backel-Brass-Brett. Auf Wiedersehen. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ich weiß was wir dann einfach mal so probieren weil ich will jetzt qualität so hoch wie möglich halten so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mannschaft bei der Wormrote Pkw wir müssen ja wohl muss so eine neue Kreuzerbrand von der Wollten nach links abliegen und rechts vor links hier vorne bei der Kreuzungssehensee bei der Wormrote Pkw ach ich hätte es ja unten in der Wormrote Pkw vor allem aber immer mit der Wormrote Pkw Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ciao, ciao.